Ich schlafe sehr gut. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Das ist auch mal gut. Natürlich braucht es gute Leute. Wenn das Team gut ist und man weiss, man hat überall die Leute eingesetzt, die man wollte und die haben eine gewisse Verantwortung, die sie überkriegen und gut umsetzen, dann geht es einem eigentlich gut. Man kann so etwas gar nicht mehr alleine machen. Man hat das auf verschiedene Schultern ausgeweitet. Auch der Druck und die Erwartungen und so. Das funktioniert eigentlich gut. Wenn das stimmt, wenn man eine gute Atmosphäre im Team hat, dann habe ich ein sehr gutes Gefühl und kann auch sehr gut schlafen.